auf die Startformation der beiden Teams. Zuerst die Gastgeber aus Ludwigsburg, also da haben wir Wilder auf der 2, der wird sicherlich die 1 sein und McRae die 2, das müssen wir gedanklich tauschen. Malcolm Hill, der Neuzugang aus Bonn als Small Forward. Kiel Martin, neu auf der 4 und Adam Waliskowski neben McRae. Und diese Manier, John Patrick, dem Coach, die große Konstante. Bei Frankfurt, da müssen wir auch ein bisschen tauschen auf den Außenpositionen. Da müssen wir Jason Clark mal auf die 1 rücken, Brady Haslip auf die 2 und Qantas Robertson auf die 3.